Ja, die Saison 2014-2015 ist zu Ende und wir begrüßen heute die Trainer unserer ersten Männermannschaft zu einem kleinen Saisonrückblick. Hallo. Alles denn? Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, mit dem Auswärtsspiel in Sangerhausen ist deine zweite Saison als Trainer zu Ende gegangen. Wie lautet dein Fazit die abgelobene Spielzeit? Ja, ich denke, das muss man natürlich von Anfang an ein Stück weit auch bewerten. Wir hatten vor der Saison einen kleinen Umbruch mit Weigen ab und zu geben. Und ich denke, die Mannschaft hat eine, ich sag mal, keine unzufriedene Saison gespielt, aber auch nicht wirklich eine zufriedene. Und ich denke, es geht auf alle Fälle mehr. Ja, Sven, wie auch zu Beginn deiner ersten Saison als Trainer hier in Stendal hattest du ja zum Anfang der Spielzeit wieder mit einer relativ starken Fluktuation im Kader zu kämpfen, wobei etablierte Spieler wie Giannino, André Ronneburg oder auch Naldo den Verein verlassen haben. Rückblickend betrachtet haben aber auch viele neue Leistungsträger im Prinzip den Weg nach Stendal gefunden, um jetzt nur einige zu nennen mit Moritz Inzenberg, Andreas Sommermeier oder aber auch Arten Sikulzi. Ja, wie schwer war es im Endeffekt, die Mannschaft bzw. das Team zu dem zu machen, was es jetzt am Ende der Saison auch entsprechend gewesen ist? Also ich denke, das ist eine interessante Frage. Ich glaube und ich denke, das war nicht so schwer, weil wir haben am Anfang auch ganz, ganz speziell darauf geachtet, was wir für Jungs holen, wie die charakterlich sind und da haben wir tolle Jungs geholt, muss ich einfach sagen, die wirklich von Hause aus einfach charakterlich sehr, 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 sehr gut ins Team passen, die sich auch sehr schnell integriert haben, die Neuen bzw. die Alten haben die Neuen sehr gut aufgenommen. Dadurch ist natürlich auch schnell eine Einheit geworden. Ja, wenn man sich vor allem dann auch so wie wir, sagen wir teilweise vier, fünf Mal die Woche sieht, zum Training, zum Spiel, dann glaube ich, dass sich mehr oder weniger da sehr schnell eine Einheit gebildet hat in den ersten zwei, drei Monaten. Ja, natürlich hat man auch Teambildungsmaßnahmen gemacht, wie Bowlingabend oder wie auch Mannschaftsabend, dann wo die Jungs sich mehr oder weniger leer kennengelernt haben. Und vor allem ist es auch so, dass man dann gemerkt hat, dass es ein schnelles Wir-Gefühl entstanden ist und daher denke ich, dass jeder Spieler seinen Anteil daran hat, dass auch die Mannschaft, so wie es ist, oder so wie sie ist, auch zu einer absoluten Einheit geworden ist. Teil dieses Wir-Gefühls ist ja mit Sicherheit auch Atem, ja, geworden, sag ich mal, den wir, den ich im Prinzip meiner vorherigen Frage schon mal angesprochen habe. Ja, Atems Geschichte ist ja im Prinzip insofern eine besondere, wenn man betrachtet, unter welchen Voraussetzungen er hier nach Stendal gekommen ist. Und ja, wie hat er sich im Endeffekt bei uns in Stendal, in der Mannschaft generell eingelebt und wie ist sein Standing im Team? Ja, als erstes Mal muss man sagen, auch Atem hat sich sofort super in die Mannschaft integriert. Atem, muss man unterscheiden, er ist charakterlich top, sportlich sehr, sehr wertvoll für uns, ist durch seine guten Leistungen ein wichtiger Stammspieler geworden in der Viererkette. Und wie ist er in Deutschland angekommen? Also er macht einen Deutschkurs, er kann jetzt nach, ich sag mal, nach einem Dreivierteljahr, dass er jetzt hier auch in Deutschland lebt, schon sehr, sehr gut Deutsch. Ja, ich würde nicht sagen fließend, aber schon ein Stück weit so, dass man sich super verständigen kann auf Deutsch. Und deswegen denke ich, ist das für uns ein sehr, sehr wertvoller Spieler und er wird es natürlich auch, so wie der Stand jetzt ist, über die Saison hinaus bleiben. Und er ist, wie gesagt, für uns sehr, sehr wichtig und bringt auch natürlich mit seinen 23 Jahren schon eine gute Erfahrung mit dem Team ein. Ja, Sven, der 1. FC Lok stellt ja hinter der zweiten Vertretung des Halleschen FC die zweite jüngste Mannschaft der Verbandsliga. Und viele Talente, die auch in der Jugend beim LOK gekickt haben, haben mittlerweile den Sprung in die Verbandsliga geschafft. Wer hat aus deiner Sicht in dieser Saison, ich sag mal, eine besonders gute Entwicklung genommen? Ja, ich denke, es wäre unfair, jetzt über einzelne Spieler zu sprechen, hier auch in der Öffentlichkeit. Das machen wir alles intern. Ich denke, es ist das große Ganze, was sich entwickelt hat. Und ich denke, dass wir einfach auch noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Aber dafür werden wir auch in der Zukunft viel arbeiten und dann werden wir schauen, was hinten dabei rauskommt. Gibt es deiner Meinung nach Spieler, die auch noch, oder Mannschaftsteile generell, um es ein bisschen allgemeiner zu formulieren, die, sag ich mal, noch gewisse Reserven haben, wo sicherlich auch noch etwas mehr rauszuholen ist? Ja, also erstmal ist es so, dass alle Spieler ein Stück weit Reserven haben. Daran werden wir arbeiten. Aber wir werden auch an unseren Stärken arbeiten, weil ich denke, dass wir da auch noch ein großes Potenzial nach oben haben. In jeder funktionierenden Mannschaft gibt es in der Regel einen oder mehrere Leitwölfe, die die Mannschaft nach vorne treiben und gerade in komplizierten Situationen irgendwo Verantwortung übernehmen. Wer ist das bei uns in der Mannschaft? Ja, in erster Linie ist das der Kapitän Philipp Groß, der Vizekapitän Martin Gebauer, die Regularliga-Erfahrenen Moritz Instenberg und Andreas Sommermeier. Und ich denke, Vincent Kühn und Benedikt Nellesen stehen dem auch nichts nach. Im letzten Jahr konntet ihr die Saison mit einem, ich sag mal, super vierten Platz entsprechend abschließen. Und in dieser Saison, ja, seid ihr relativ schlecht in die Saison reingestartet. Grundsicherlich auch, wie gesagt, die neu zusammengewürfelte Mannschaft in großen Teilen. Seid allerdings in die Rückrunde entsprechend, ja, ziemlich gut reingekommen. Hab dann hinten raus aber ein bisschen, ja, einfach mal an Luft verloren. Wo siehst du die Gründe darin? Ja, ich denke, dass man, wenn man vier Spieltage vor Schluss noch um Platz drei mitspielt, ja, gegen Arnstedt hier zu Hause, wo wir 75 Minuten Klasse spielen, und dann aber innerhalb von acht Minuten drei Gegentore kassiert, dann denke ich, ist das so ein Stück weit der Knackpunkt gewesen. In den letzten Spielen hat man dann zwar probiert, auch die Spannung hochzuhalten, aber man weiß ja, wie das ist, wenn man dann nachher um Platz sechs oder um Platz fünf spielt. Klar wollten wir Fünfter werden, wir wollten unter Top Five, aber es hat natürlich nachher nicht geklappt. Und wir haben sehr, sehr viele junge Spieler spielen lassen, unter anderem auch drei All-Union. Deswegen, ja, wie ich eingangs schon sagte, kann man sicherlich nicht unzufrieden sein, aber auch nicht zufrieden, weil einfach mehr geht. Ja, in der zurückliegenden Spielzeit war im Prinzip auch wieder zu erkennen, dass ihr bzw. deine Mannschaft sich leistungstechnisch sukzessive immer weiter verbessert hat. Und ja, was haben die Jungs aus deiner Sicht schon sehr gut gemacht? Und wo gibt es noch deutliche Reserven? Was müsst ihr im Prinzip für die Zukunft noch verbessern? Ja, ich denke, wir haben uns über den Saisonverlauf eine Strategie erarbeitet, die die Jungs dann nachher gut umgesetzt haben. Ja, was die Baustellen sind, die du angesprochen hattest, denke ich, das sind auf alle Fälle die einfachen Fehler in der Spieleröffnung. Ja, teilweise auch technische Fehler und sicherlich auch, was die Organisation betrifft, dass man die Ordnung über 90 Minuten nicht hält, sondern dann auch sehr, sehr einfache Gegentore bekommt. Und da wird es wichtig sein, dass wir vor einer der nächsten Saison weniger Gegentore bekommen. Ja, wenn man sieht, wer oben steht, die haben alle wenig Gegentore. Und daran werden wir auch arbeiten. Ja, wir haben ja in der zurückliegenden Saison eine Vielzahl von guten Spielen gesehen. Hier und da auch das einige weniger Gute. Einerst du dich an ein Spiel, was besonders hervorhebenswert im positiven Sinne war? Und eins, wo du sagen würdest, naja, da hätten wir am besten gleich zu Hause bleiben sollen? Ja, also ich denke auf alle Fälle Tiefpunkte. In der Saison waren das Hinspiel in Oschersleben, wo wir die Chance haben, natürlich in Führung zu gehen. Wir haben bis dahin sicherlich bessere Chancen gehabt, aber das verlieren wir dann nachher klar 3 zu 0. Was auch nicht gut war, war das Rückspiel in Piestewitz, wo wir als 0 zu 4 verlieren und dort als Verlierer vom Platz gehen. Da hatten wir uns eigentlich viel, viel was anderes vorgestellt. Ich denke, wir haben auch richtig klasse Spiele gemacht. Und zwar das 6 zu 1 in Wolfen, wo wir ein klasse Umschaltspiel gezeigt haben, was auch mit das beste Saisonspiel war. Auswärts das Spiel bei Preußen Magdeburg, was wir 4 zu 2 gewonnen haben, da haben wir auch ein klasse Umschaltspiel gezeigt. Und vor allem, denke ich, das Spiel gegen Edelweiß-Arnstedt hier, 4 Spieltage vor Schluss, wo wir 75 Minuten ein klasse Fußball zeigen. So schlägt mir das dann in der nächsten Saison vor. Und wichtig wird es sein, dass wir die Konstanz halten. Bis jetzt haben wir den Blick hauptsächlich zurückgeworfen. Jetzt wollen wir nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch ein bisschen nach vorne. Am 08.07. empfängst du deine Jungs zum Saisonauftakt. Und bisher sieht es ja das erste Mal seit langem so aus, dass die Truppe fast vollständig zusammenbleibt. Gibt es Spieler, wo noch eine Entscheidung aussteht? Beziehungsweise die sich schon mehr oder weniger dafür entschieden haben, den Verein zu verlassen? Ja, als allererstes Mal muss ich hier natürlich, was die sportliche Leitung betrifft, um Dr. Tröger ein Kompliment aussprechen. Bisher sieht es so aus, dass wir den fast kompletten Kader behalten. Es gibt einen Wackelkandidaten, das ist Abu Jamm. Da stehen noch Gespräche aus, aber ansonsten gehen wir davon aus, weil auch mit allen Spielern gesprochen wurde, dass der Kader so zusammenbleibt. Das klingt doch schon mal super. Ja, der Kader wird zusammen, regelmäßig, alle Jahre wieder. Gibt es ja gegebenenfalls auch Verstärkungen von der A-Union. Ist aus dem Nachwuchs mit Aufrückern zu rechnen, die die erste Männermannschaft verstärken werden? Ja, also aus dem aktuellen A-Union-Kader werden zwei Spieler jetzt den Weg dann zu uns finden. Das sind einmal der Johannes Mahl und der Max Salbe. Perspektivisch werden wir aber auch natürlich versuchen, Spieler, die in der nächsten Saison auch noch in der Runde 19 spielen können, auch schon ranzuführen an die erste Männermannschaft durch regelmäßiges Training, vielleicht auch einbauen in die Vorbereitung. Und dann haben die Jungs alle Chancen in der Welt sich zu zeigen. Und dann liegt es einfach nur an denen. Mit Clemens Paul Berlin steht ja schon ein externer Neuzugang fest für die kommende Saison. Der Junge hat ja bereits in der Jugend bei Lok gekickt und kommt ja vom Haldensleger SC, vom Liga-Konkurrenten und hat dort jetzt in der Saison 28 Spieler absolviert und dabei sechs Treffer erzielt. Was erwartest du von seiner Person, von ihm als Spieler? Also erstmal muss ich sagen, haben wir im Verein hier, weil Clemens auch im Nachwuchs bei Lok Steiner gespielt hat, seine Entwicklung immer verfolgt. Ich denke, das wird erstmal wichtig sein, dass Clemens sich gut integriert, dass er vor allem auch den Zugang zu den anderen Jungs findet. Was die sportliche Qualität von Clemens betrifft, denke ich, ist das ein Junge, der uns richtig viel Spaß in der nächsten Saison bereiten kann. Und genau deswegen haben wir hierher. Gibt es bestimmte Positionen, auf denen du noch Handlungsbedarf siehst, was es jetzt an Neuzugängen, Verstärkungen angeht? Und wenn ja, gibt es schon aktive Gespräche, die mit potenziellen Kandidaten, die die Mannschaft verstärken können, Gespräche geführt werden? Ja, also konkret sehe ich zwei Baustellen. Einmal die Innenverteidigung und einmal die erste Reihe, also den Sturm. Wir haben zwar mit Benedict Nellison vorne auch einen Spieler, der das sehr, sehr gut ausführen kann, Vincent Kühn auch. Aber wir suchen auf der Position schon noch jemanden, der unser Spiel nochmal ein Stück weit variabel macht. Zu nahem kann ich jetzt hier noch nichts sagen. Wir sind da in Gesprächen. Da kann man vielleicht jetzt in der nahen Zukunft dann, sag ich mal, mehr zu sagen, wenn Neuigkeiten, beziehungsweise wenn sich da Dinge erinnern, der Verein das dann auch mitteilen. Sehr schön. Ja, dass der Kader zusammen bleibt, ermöglicht dir ja im Prinzip erstmals eine ganz neue Ausgangssituation für die Saisonvorbereitung. Wo siehst du die Hauptvorteile darin, dass die Jungs im Prinzip so im Komplexen zusammenbleiben? Ja, erstmal muss ich sagen, dass das ein riesen Vorteil. Wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben die Basissachen gelegt. Wir haben Abläufe, Automatismen in unserem Spiel, die die Jungs verinnerlicht haben. Und jetzt gilt es, das einfach noch zu optimieren. Und dann bin ich gut, Athena. Super Voraussetzung. Grundsätzlich ist es nicht allerdings auch so, dass dies so ein bisschen, ich sag mal so, den Erfolgsdruck entsprechend auch erhöht für euch, für die Mannschaft. Im Endeffekt ist es ja schon so, dass die Fans, die Zuschauer, mit einer gewissen Erwartungshaltung nun auch in die Zukunft blicken. Gerade aufgrund der Tatsache, dass die Jungs zusammenbleiben. Ja, wie gesagt, ist das nicht auch ein gewisser Erfolgsdruck, der dann so ein bisschen sich auf die Mannschaft legt? Ja, also ich denke, wir haben in den letzten zwei Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Das haben wir im Team gemacht. Und was den Erfolgsdruck betrifft, glaube ich, die Jungs setzen sich selber unter Druck. Ich sehe ja auch, wie sie vor dem Spiel immer auch brennen und wie sie fokussiert sind auf das Spiel. Für mich als Trainer ist es natürlich schon wichtig, dass die Ergebnisse stimmen. Dass die Ergebnisse stimmen, dass wir eine gute Stimmung haben im Verein. Aber speziell auch für mich ist es wichtig, was für eine Art und Weise wir Fußball spielen. Es ist wichtig, dass wir attraktiv sind, dass wir die Philosophie von Fußball, die wir haben, durchdrücken und dadurch natürlich auch gute Ergebnisse erzielen. Ja, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Welche Erwartungen hast du persönlich an die neue Spielzeit, an die kommende Spielzeit? Und ja, welche Ziele willst du kurz- und mittelfristig mit dem ersten FC Lok verfolgen? Ja, wir wollen erstmal attraktiven Fußball spielen. Wir wollen vor allem verletzungsfrei bleiben. Das ist sehr wichtig, dass wir da wenig Probleme haben. Und ich denke, was das Ziel betrifft, als allererstes Mal möchte man immer besser sein als in der Vorsitzung. Wir sind jetzt Siebter geworden, wollen uns natürlich dahingehend verbessern. Aber ja, mittelfristig muss es einfach das Ziel sein, dass wir oben angreifen. Sven, vielen Dank, dass du Rede und Abbruch gestanden hast hier. Den Fans im Prinzip gar mal so einen kleinen internen Einblick zu gewähren. Gibt es sonst bei dieser Gelegenheit noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Naja, ich denke, ich möchte mich mal bedanken bei allen. Vor allem beim Team möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich beim Vorstand bedanken. Es ist immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich möchte mich bei den Sponsoren bedanken, die uns immer so zahlreich auch unterstützen. Ich möchte mich bei den Nachwuchstrainer bedanken, die hier eine tolle Arbeit abliefern. Wie man auch sieht, zum Beispiel die Torrenta-Liga-Mannschaft ist jetzt Landesmeister geworden. Und vor allem möchte ich mich auch bei Elmaro über, möchte ich mich bei Eli bedanken, der hier auch einen tollen Job macht, der für uns alle stehen und liegen lässt. Und ohne dieses Team um das Team, inklusive den Nachwuchstrainer, das, was wir jetzt hier auch aufgebaut haben in den letzten zwei Jahren, wären wir noch nicht so weit. Super. Na, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und dann alles Gute für die neue Saison. Joi- thema. preferences